Hallo, heute sind wir im Aquazul-Löbeck-Museum. Verschiedene Präparate sind auch für unsere Naturbildung natürlich von großer Bedeutung. Wir wollen den Kindern zeigen, wie reich unsere Natur in verschiedenen Formen ist und verschiedener Arten. Auch die Korallen gehören zum Beispiel dazu. Ich denke, es ist wichtig, dass ein Kind auch mal die Möglichkeit erhält, eine Koralle tatsächlich anzufassen. Erst dann kann es verstehen, was es bedeutet, wenn ganze Korallenriffe absterben. Besonders schön für uns als Zoo und Aquarium ist natürlich, dass wir Tiere über ihr gesamtes Leben lang begleiten. So ist es möglich, dass zum Beispiel solche Wachstumsreihen gesammelt werden können. Einzelne Häutungen dieser Languste wurden über die gesamte Lebensspanne gesammelt und so können wir gut nachvollziehen, wie diese Languste Stück für Stück größer geworden ist und immer wieder ihren Panzer gewechselt hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich denke besonders schön an dieser Kombination aus Zoo und Museum, dass wir hier sind, ist, dass man sowohl die lebenden Tiere beobachten kann in ihrer naturnah gestalteten Umwelt, aber man hat auch gleichzeitig die Möglichkeit zum Beispiel sich so ein Skelett einer Schlange anzuschauen, nochmal anatomische Details sich anzusehen und einfach zu staunen, was die Evolution an tollen Körperformen hervorbringt. Hier sehen wir zum Beispiel das Gebiss eines Sandtigerhais. Das ist besonders interessant, weil man hier sehr gut das Revolvergebiss des Hais sehen kann und ich denke auch das zeichnet unser Haus aus, also dass man sowohl den lebenden Hai beobachten kann im Aquarium und sich dann aber auch das Gebiss anschauen kann, Sachen, die man am lebenden Tier gar nicht sehen würde. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.